hey leute hier ist wieder euer dragon ray und gerade eben habe ich mal wieder in meiner co-op-statistik nachgeguckt und was habe ich dabei gesehen normal gucke ich immer noch meine kills abschluss an und jetzt sehe ich heute 8 und 12 mal meistverendete waffe wie ihr jetzt gerade seht ich habe auch mein schottgang erreicht jetzt und wenn ich hier wieder auf meizwende waffe jetzt gehen dann seht ihr hier ist der portalisator drin vom neuen map pack revolution restauration halt barrys halt wisst ihr schon bescheid und ja schreibt es in die kommentare was ihr so als meistverendete waffe drin hat würde mich interessieren und bis nächstes mal ciao leute